Hey ho Leute und willkommen zurück zu Mario Kart 8 mit eurem PB-Style natürlich und wir haben heute eine traurige Zeit vor uns. Ja, ich habe noch nicht weiter gespielt, tut mir leid, ich habe noch nicht den Stern geholt, den letzten, ich habe da noch nicht die auf drei Sterne gemacht. Aber was wir heute machen ist mit Link spielen und zwar I-Cup mit 150 Kubikzentimeter. Hört euch mal Link an, ich habe ihn auch noch nicht mal angehört. Ja! Es gibt den Roller. Dein Ernst. Nein, danke, ich will meinen, ähm, meinen Rennwagen haben, genau. Ach komm, weil du es bist, Link, den Hyrule-Gleiter, weil er eh gar nichts anderes hat anzusetzen. I-Cup! Da ist mir gerade ein Bäuerchen rausgekommen. Tut mir leid, ich habe mich jetzt nicht gemutet oder so, nein, ich habe ein bisschen auf die Seite so kotzen müssen. Nein, Spaß. Spaß, spaßt beiseite. Okay, dann höre ich auf. Ich, tschüss Leute, bis zum nächsten Part. Ne, Spaß. I-Cup, let's go. Wie hört sich die Truth an? Okay. Hört sich an wie irgendetwas von Hyrule Warriors. Ich weiß aber nicht. Und diesmal wird der Cup etwas tougher, weil wir natürlich, boah, wie der stöhnt. Als würde er seinen Hyrule-Heal. Oh nein, wir haben Dauerstöhnen im Part. Wow. Dead 360 No-Scope. Ja, okay, es war kein 360 und kein No-Scope, aber es war geil. Ja, wir haben ein paar mehr Gegner. Wow. Wir haben nicht mehr Gegner, nein, wir haben einfach nur schwierigere Gegner, weil wir auf 150er Cup spielen. Aber es ist machbar. Jetzt versuchen wir mal alle Tricks zu machen. Oh man, Link schaut total badass aus, wenn er irgendetwas schmeißt, ein Item. Ah, ich hab gedacht, ich schaffe es. Schade, Schokolade. Wow. Nein, sie hat die Abkürzung genommen. Was? Geht hier ab? Ja, okay, so weit vorne ist sie auch wieder nicht. Ich hab schon gedacht, sie ist viel weiter. Also, ich wäre das. Tschüss, meine liebe Freundin. Danke dir. Das war nicht nice. Nein, nein, nein. Ich bin nicht mehr erst. Da bin ich extra zurückgefallen. Und dann so etwas. Danke. Dankeschön, meine lieben Freunde. Ihr seid wirklich super. Oh, hi. Mein lieber Freund. Danke, dass du mir den Weg freigemacht hast. Bist du ADAC? Wir machen den Weg frei. Hahaha. Haha. Eigenwerbung stinkt. Nee. Nee. That was nicht nice. Bitte kein Pilz, irgendeiner von euch, damit ihr nicht schneller da drüben seid. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, weil ich will die Position erst dann natürlich behalten. Ähm. Sonst ist das eine Schande für mich. Ähm. Boah. Schön drüber gejumpt. Hört sich so an, als würde der Motor übelst überhitzen. Mann, wie er da noch so einen Drehsprung macht. Das schaut richtig geil aus. Nein, da ist eine Banane. Nitscht mit mir, mein Freund. Ich sehe alles. Auch mit den Tintenfleckern. Und wir haben es geschafft. Ja. Das hast du gut gemacht, mein Link. Mein Link-Komad. Hahaha. Klick mich hart, mach ich einfach mal. Live bei mir. Live bei mir. Äh. Wenn ich weiter so dumm rumspaste, dann sind wir immer noch mal. in 15 Minuten im Rennen 3. Oh Mann. Ich muss mal Gas gebe. Hier werden wir alle Tricks jetzt anschauen. Zuerst mal die nach oben. Oh, nice. Ah, das war... Das ist oben. Oben. Nice. Okay, jetzt schauen wir uns gleich mal nach unten an. Bestimmt interessant. Ja, das ist das. Ah, so. Der wechselt ab und zu. Entweder nach hinten oder nach vorne schaut er. Da, schaut euch das an. Ich drücke nur nach hinten. Und jetzt nach rechts. Okay. Er macht immer einen Drehsprung. Oder er packt sein Schwert aus. If you know what I mean. Alter, hier ist es eigentlich viel, viel besser, wenn man einfach direkt nur jumpt. Schaut euch das mal an. Immer einen Panzer hinten dran haben und jumpen. Mehr nicht. Wozu brauchen wir Münzen oder so? Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das gebe ich zu. Aber wir haben das noch geschafft. Und zack. Und jetzt immer Dauerjumpen. Ich bin der Biestie. Wow. Das Jump, Alter. Das Jump. Jump in Rune. Alter, irgendwie kommt keiner mehr in der Nähe. Warum benutze ich die Tröte? Ach ja, ich habe was vergessen. Den Satz oder Wort des Parts. Was wird es wohl sein? Oh man, Mini-Link. Du bist so süß. Du bist so knuffig. Ähm. Was wird es wohl sein? Genau, ich weiß es. Der Satz des Parts lautet. Excitebike ist schwer. Wenn ich weiß, wie man Excitebike schreibt. Schaut einfach ein paar Sekunden, äh, spult einfach ein paar Sekunden zurück, weil da hat man gesehen, wo Excitebike ist. Und oben, da oben steht es nochmal auf der Decke. Excitebike. Ähm, da wisst ihr dann, wie man Excitebike schreibt. Und ich will eine Münze noch haben. Ne, bekomme ich leider nicht. Schade, Schokolade. Wahoo! Oh ne, jetzt klickt mich hart. Nice. Nice. Nächstes Rennen. Leute, was beschäftigt euch am meisten? Was wollt ihr in Mario Kart mehr sehen? Stellt mir eure Fragen. Scheut euch nicht. Kommuniziert mit mir. Ich bin sehr freundlich. Zu fast jedem. Also schreib sofort einen Kommentar. Ein Spaß. Ich bin nett. Äh, wir haben wieder Larry als Gegner, habe ich bemerkt. Oh man, wie geil wäre das, wenn er mit seinem Bogen schön, äh, mit seinem Bogen, mit seinem Schwert schön noch irgendwie jemand was reinrammen kann. Nee, 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 meine schönen Bananenbraut. Dieht mal nicht. Oh, dat war knapp. Aber nicht mit mir, meine Dame. Oh, sie hat wieder zu schnell Bananen gehabt. Dat is nicht nice. Ja, schaut mal, wie gut ich fahren kann. Aber dafür hole ich mir jetzt eine Abkürzung. Oder war das nicht hier? Nein, es war nicht hier. Doch, ich kann mir auch hier eine Abkürzung holen. Pass auf. Zack. Zackig. So mortscht man nicht. Die hat aber keine Bananen mehr. Also müssen wir jetzt schauen, dass wir sofort in die Innenspur gehen und überholen. Sie hat nur Münzen im Kopf. Und wir haben sie überholt in dem Moment, wo sie nur Münzen im Kopf hatte. Tja. Das sind sie halt, die Geldgeilen. Innenspur. 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 Boah. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie ich hier abgehe? Alter. Ich bin der Beste überhaupt. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Danke dir für den Boost, meine liebe Dame. Oh. Jetzt benutzen wir mal auch mal eine schöne Abkürzung. Ja, okay. Das hat sich jetzt nicht mehr gelohnt. Aber wenigstens ansatzweise hat sich was gelohnt. Innenspur, 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 Innenspur. Weiter Innenspur, Innenspur, Innenspur. Ja, okay. Es war nicht so gut wie beim letzten Mal. Aber ihr müsst zugeben, ich hab das richtig gut drauf, oder? Ein Panzer zur Abwehr. Danke. Und wir haben es geschafft. Wir sind erster wieder einmal. Ja, 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 airpump, airpump, airpump. Na, airfest, airfest, airfest. Larry, Larry ist diesmal richtig schlecht. Oh mein Gott, ach da. Mann, Larry, Larry, Larry. Kannst du mal besser werden, Nih? Ja, ja, lade Zeit an. FTV, Mute City. Boah, wehe. Ich mach jetzt wieder so ein Poser-Shit und werde Zweiter. Ich glaub, ich würde mich dafür richtig schön erstmal in Arsch treten. Komm, schön alle Speeds mitnehmen. Ja, komm, das schafft er. Klar, Alter. Ein PB schafft das. Ein PB schafft das immer. Oh nein, das war nicht gut. Aber wir haben einen von denen mitbekommen. Peria. Jetzt nicht Posen-PV. Nicht? Nein, nicht. Oh Mann, das war schlecht. Das war so schlecht von mir. Oh nein. Komm, 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 komm. Ja, jetzt musste ich auch den Speed nehmen, so wie die anderen auch. Danke für deinen tollen Speedschub. Danke dir. Wie die einfach außen rum fahren, die Deppen. Als wüssten die nicht, dass das Speed macht. Haben die keine Ahnung von Mario Kart. Die spielen die zumindest Müll. Genauso wie ich. Nee, ich. Ey, ey, yo. Wow, die hat mich gerettet. Die hat eine Banane zu spät abgeschmissen. Und ich springe einfach mal runter. Aber das Coole ist, man verliert seine Items nicht mehr. Was ich sehr töfte finde. Oh, komm, nicht Posen, Pibi. Nicht Posen. Posen nicht, Posen nicht. Ja, gut, ich bin nicht Erster. Das ist sehr gut. Ah, und ich habe eine Feuerblume. Die behalte ich nicht mehr. Komm, jetzt müssen wir ein gutes Item bekommen, damit wir viel Vorsprung aufbauen können. Und nicht mehr verrecken. Nicht mehr gereckt werden. Geht schreckt, wollten wir nicht. Wir nehmen einfach nur das. Und das. Und schmeißen es nach hinten. Und weiter, komm, komm, komm. Wir fahren einfach nur gerade. Nicht Posen, nicht Posen. Komm. Ja, komm, 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 komm. Das haben wir im Kasten. Das haben wir im Kasten. Niemand kann uns jetzt noch aufhalten. Niemand. Yes. Oh. Das fühlt sich geil an. Den 150er Cup. Perfekt zu meistern. Jo. Das war's auch leider schon mit dem Part. Wie ihr gesehen habt, geht das Ratze-Fatze. In weniger als 15 Minuten. Und mit Geplänkel und Gelaber noch dazwischen. Ich hätte es noch ein bisschen schneller, glaube ich, geschafft. Aber die Time Trials, also die Zeitrennen, werden etwas später kommen. Beziehungsweise, wenn überhaupt, nur als Special Parts, falls euch das interessiert. Schreibt's mir in die Kommentare, wollte ich sagen. Oh. Ja. Haut rein, meine lieben Styler. Seid beim nächsten Part auch wieder dabei. Und ich würde sagen, ja, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Nein, ernsthaft. Ihr seid die Besten. Genau du. Du, der das Video gerade anschaut. Und falls euch zu zweit oder zu dritt oder zu was weiß ich, wie viel anschaut. Ihr seid alle die Besten. Außer du da hinten in der Ecke. Du bist... Scheiße. Nein, Spaß. Du bist geil. Du da hinten in der Ecke. Genau du. Was? Bei dir im Zimmer ist keiner? Schau doch mal im Schrank nach. Und jetzt kommt so ein Slender-Tubby raus, oder? Tut mir leid, falls ich jemandem irgendwie Schiss gemacht habe oder so. Ich wollte unter 15 Minuten bleiben. Tut mir leid. Haut rein, meine lieben Styler. Bis zum nächsten Part. Euer PV-Stall. Tschüss. Tschüss.